Die Mirafelle Die Mirastube und Casa Wir waren dort nach starken Regenfällen. Die Mirafelle Bankerl mit schöner Aussicht Die Mirafelle Untertitelung des ZDF, 2020 Die markanten Hauptfälle am Ende der Klamm Weg zum Stauweier Untertitelung des ZDF, 2020 Der Stauweier führte gerade wenig Wasser Über die Haussteinwiese auf den Hausstein Der Stauweier führte gerade wenig Wasser Nach der Steilstelle erreichen wir die Haussteinwiese Nach dem Hausstein geht es rechts weiter Nach der Steilung des ZDF, 2020 Die letzte Steilstelle ist ein gut gesicherter Steig Nach der Steilung des ZDF, 2020 Nach der Steilung des ZDF, 2020 Nach der Steilung des ZDF, 2020 Aussichtsplatz Aussichtsplatz Das Gipfelkreis Blick Richtung Muckendorf und Bernitz Von der Hausteinwiese zu den Myrafällen von der Haute in der Haute Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts bei dem Pankerl geht der markierte Weg hinunter. Das Wasserschloss. Bei der alten Straße treffen wir auf die Myraphäle. Das Wasserschloss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020